Das war knapp. Nachdem sich Rhea entschieden hatte, Christian eine Runde weiter zu schicken, bedeutete das zunächst das Aus für Tami und Kiefin. Doch der Stialdeal rettete sie. Dabei können die anderen Jurymitglieder auf den Butze hauen, und einen der ausgeschiedenen Kandidaten zu sich ins Team holen. Und gleich alle drei rissen sich um Tami und Kiefin. Doch für wen entschieden sie sich schlussendlich? Peter setzte sich als einziger für Kiefin ein, weshalb dieser sofort in sein Team geschleust wurde. Steffi und Marc wiederum wollten Tami, also durfte die 27-Jährige entscheiden. Ich gehe zu Steffi, verkündete sie gerührt. Dass nun alle drei eine Runde weiter sind, können die Talents kaum glauben. Damit hat wirklich niemand von uns gerechnet. Wir dachten schon, dass einer von uns gehen muss, aber dass alle drei weiter sind, rief Kiefin aufgeregt hinter der Bühne.